Hallo, ich bin Jean-Claude Gräuter, komme aus Freienbach, Schweiz, bin extra schnell hierher gefahren, um das nochmals zu erleben. Ja, soviel zu unseren Grundrechten, das wissen wir in der Zwischenzeit. Ich bin ein bisschen wie immer, ja, sagen wir irritiert. Wir erleben das eigentlich seit Monaten, genau sieben, acht Monaten, immer wieder. Dass wir da wirklich nicht getoldet sind, vertrieben werden. Da können andere Gruppierungen kommen, die werden da tagelang beschönigt und gepflegt, aber uns mag man nicht. Es gibt gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen, ausser, wir ziehen den Tag heute durch. Und nächste Woche, am Samstag, am 7. November, sind wir mit einer grossen Kundgebung in Basel. Auf dem Messerplatz, da haben wir 5000 Leute aufwärts. Da ist alles bereit, mit der Polizei haben wir geredet, das ist jetzt bereit, das ist gut. Es gibt eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen. Wir haben die Franzosen dabei, wir haben die Deutschen dabei, wir haben uns Basler und natürlich die gesamte Schweiz zu Gast. Und ich freue mich fest darauf und danke vielmals, dass du die Arbeit machst. Müge Müge Untertitelung des ZDF, 2020